Ciao zusammen! Wie hinter mir der Messeneubau langsam im Endspurt ist und fertig wird, sind wir auch im Endspurt für die MUBA 2013. Und ich glaube wir stehen vor einer ganz tollen Messe. Speziell dieses Jahr ist, dass wir eine sehr touristische, sehr internationale MUBA werden haben. Zum ersten Mal überhaupt haben wir zwei Gastländer mit Indonesien und mit Ungarn. Und dazu eine ganz tolle Gastregion mit dem Hochschwarzwald, also gerade hier bei uns über die Grenze. Und hinterher kommt die Schweiz mit Tessin und Toggenburg noch zwei nationale Gäste, die sich bei uns an der Messe präsentieren. Also ein bisschen Fernweh an der MUBA. Kommen vorbei, schauen das an und träumen von den nächsten Ferien.